Manche sagen, das ganze Jahr 2020 sollte man aus dem Gedächtnis streichen. Wegen Corona und Lockdown und all den Verboten. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber ich kann verstehen, was sie meinen und würde am liebsten selbst diesen Oktober streichen, wegen meiner persönlichen Bilanz. Immer zu krank. Jeder Virus, den meine Tochter aus der Kita eingeschleppt hat, ist bei mir gelandet und hat sich da ziemlich wohl gefühlt. Ich mich dafür umso weniger und schaue mit einem mulmigen Gefühl auf meinen unordentlichen Schreibtisch, auf dem alles nur abgelegt und kaum etwas bearbeitet wurde. Auf die Termine, die ich von einer Woche in die nächste und dann noch einmal geschoben habe. Und auf die Namen der Menschen, die auf einen Geburtstagsbesuch von mir warten. Dass mein Jammern eigentlich nicht angebracht ist, ist mir aber auch klar. Erkältungen gehen vorbei. Und auch der lästige Reizhusten wird irgendwann wieder verschwunden sein. Andere schlagen sich da mit ganz anderen Geschichten rum. Mit Krankheiten, die nicht einfach wieder vergehen. Oder Schmerzen, die man höchstens ein wenig dämpfen kann. Ich ärgere mich darüber, was ich alles nicht geschafft habe und sollte doch eigentlich froh darüber sein, dass ich einfach krank sein kann. Weil Kollegen das Notwendigste vertreten. Weil ich, auch wenn ich nicht arbeite, Geld zum Leben bekomme. Und weil ich einfach zum Arzt kann, der mich untersucht und mir etwas aufschreibt, dass ich mir dann ganz einfach in der Apotheke abholen kann. Ich könnte nach dem Inhalieren frei durchatmen und mir denken, jetzt wird in Ruhe gesund. Aber die Ruhe habe ich nicht. Die Unruhe ist viel stärker. Und ich erzähle das hier, weil ich weiß, dass es nicht nur mir so geht. Kaum einer, der nicht gefangen ist, in Ansprüchen, die er an sich selbst hat, oder die andere an ihn herantragen. Du musst funktionieren, deine Sachen tun und in Ordnung halten. Du musst zur Arbeit gehen und dich um das kümmern, was zu Hause zu erledigen ist. Du musst planen und vorausdenken und einen Vorrat haben. So denke ich. Und so denken viele. Gott denkt das nicht. Zur Freiheit hat uns Christus befreit, erinnert Paulus und kann nur den Kopf schütteln über die, die denken, dass sie dies und das und jenes erledigen müssen. Gott führt doch kein Buch über deine Leistungen, über das, was du erreicht hast und auch nicht über das, wo du gescheitert bist, weil dir der innere Antrieb gefehlt hat. Unser Gott ist kein Gott der Leistungsgesellschaft. Für ihn zählst erst mal du und nicht das, was du tust. Wer welche Note im Englisch-Test hat, interessiert Gott nicht. Wer Lagerist ist und wer Arzt, interessiert ihn nicht. Wer sich welches Auto leisten kann, interessiert ihn nicht. Du bist wichtig. Nicht das, was du leistest oder dir erarbeitest oder aufgebaut hast. Für mich ist das auch ärgerlich, denn ich bin gerne eine gute Pfarrerin, will gut vorbereitete Gottesdienste halten, Zeit für die Menschen haben und hier etwas sagen, hinter dem ich stehen kann und dass euch etwas bringt. Ich will etwas leisten. So bin ich erzogen und groß geworden, so habe ich gelernt und eklige Prüfungszeiten durchgestanden. Ich will gut sein und sollte vor allem frei sein wollen von all dem, meint Paulus. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Für Gott zählst du und nicht das, was du leistest. Das kann ich gut hören, wenn ich voller Energie bin. Im Bett oder auf dem Sofa rumhängend mit der Taschentuchpackung neben mir braucht es, bis ich entdecke, warum es ein gutes Wort für mich ist. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Meint er nämlich, dass es völlig okay ist, krank zu sein und mein Zeug gerade nicht auf die Reihe zu bekommen. Dass ich damit hadere, nicht schnell wieder fit zu werden und meine Energie zurückzubekommen, ist sogar der Beweis dafür, wie sehr Paulus Recht hat, wenn er davor warnt, sich selbst Anerkennung zu verdienen. Wer nichts leisten kann, der ist auch nichts wert, sagt unsere Gesellschaft. Natürlich nicht laut und ausdrücklich, aber doch unterschwillig immer wieder. Menschen fühlen sich getrieben und ausgelaugt und überfordert und hoffen von einem Urlaub auf den nächsten oder mindestens, dass nach dem Ruhestand dann alles wieder besser wird. Leiste etwas, dann bist du etwas. Auch ich hänge daran, obwohl ich das nicht müsste. Während ich mir in der Küche den nächsten Tee aufgieße, staune ich über die Vollbremsung, die mir diese blöde Erkältung gebracht hat und bin schon wieder weit weg von Paulus. Zur Freiheit hat dich Christus befreit. Zur Freiheit, nicht nur im Urlaub oder im Ruhestand oder dann, wenn nichts mehr dazwischen kommt. Zur Freiheit bist du befreit, bist du schon längst befreit, auch wenn du das selbst gar nicht merkst oder gar nicht merken willst, weil dir das mit dem Tun und Machen und Planen und Erledigen und Leisten Sicherheit gibt. Eine trügerische und falsche Sicherheit, denn du vertraust nicht dem Richtigen. Du vertraust nicht richtig und alleine dem Einzigen, der alles, auch dein Leben in der Hand hat. Gott hat dich befreit. Er hält dich und stützt dich, begleitet und führt dich. Vertrau darauf. Das ist das Einzige, das wichtig ist, der Glaube. Der Glaube, der durch die Liebe tätig ist, sagt Paulus und meint damit aber bitte nicht schon wieder, dass du jetzt ein guter Mensch sein musst und dich kümmern musst, um dir deine Freiheit zu verdienen. Nein. Du bist frei. Ohne Tun, ohne Leisten, am besten ohne Angst. Erstmal gesund werden, damit die Kraft wiederkommen kann. Und mit ihr, das wirst du merken, kommt ganz von selbst wieder die Lust und Energie, etwas zu schaffen und die Aufgaben anzupacken, die sich dir stellen. frei und ohne Druck, allein durch den Glauben, der durch die Liebe tätig ist. Amen. 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 Amen.